Hallo und recht herzlich willkommen auf 123schiffsreisen.com. Heute geht es um die Frage, wie teuer ist eine Kreuzfahrt auf der MS Europa 2? Nun, hier muss man einfach vorausschicken, wenn Sie beabsichtigen, auf der MS Europa 2 eine Kreuzfahrt zu machen, dann müssen Sie mit einem etwas höheren Budget rechnen. Es liegt ganz einfach daran, die MS Europa ist zusammen mit der MS Europa 2, dem jüngeren Schwesterschiff, das seit 2013 auf den Weltmeeren unterwegs ist, sind die zwei Schiffe wohl die luxuriösesten und bestgeranktesten Schiffe, die bisher gebaut wurden. Sie werden auf der MS Europa 2 reinen und puren Luxus finden und ich persönlich sage, dass das wohl die schönste Art zu reisen ist, die es überhaupt gibt. Nun, wenn Sie sich für die Preise interessieren, empfehle ich Ihnen persönlich die Seite eheu.de. Den Link zu dieser Seite finden Sie einfach unterhalb vom Video, einfach kurz draufklicken, beziehungsweise er wird auch nachher kurz eingeblendet, dann können Sie dort draufklicken. Sie gelangen direkt auf diese Seite, wo die MS Europa auch aufgelistet ist. Dort finden Sie eben den frühesten Hinreise- und den spätesten Rückreisetermin. Hier können Sie Ihre Reisedaten eingeben, wann Sie reisen wollen. Sie können nach Aussuchen nach der Reisedauer, nach dem Fahrgebiet, wenn Sie möchten, nach der Reederei, das ist dann unnötig, und nach dem Schiff. Und Sie können natürlich auch sagen, nur Angebote inklusive Flug oder nicht. Wenn Sie es das soweit angegeben haben, können Sie auf Angebote finden klicken. Sie können aber auch einfach mal runterscrollen auf die Seite und noch weitere Informationen zum Schiff sich anschauen. Auch ein wirklich ganz tolles Video hier anschauen zu dem Schiff. Und um eins gleich vorweg zu schicken, hier sehen Sie auch schon mal, wenn Sie sehen, dass die MS Europa 2 hat 500 Passagiere und 370 Crewmitglieder, haupt in der Mehrzahl deutschsprachig. Und daran erkennt man schon, mit welchem Luxus man dort zu tun hat. Oder mit welchem hervorragenden Service. Nun, wie gesagt, wenn Sie das dann eingegeben haben, klicken Sie auf Angebote finden. Und schon nach kurzer Zeit, je nachdem wie gut oder schlecht Ihre Internetleitung ist, bekommen Sie die ersten Angebote angezeigt. Ja, ich wünsche Ihnen also viel Spaß bei der Suche. Und viel Spaß, sollten Sie die Reise buchen, natürlich auf Ihrer Reise. Und ich bin überzeugt, Sie werden diese Traumreise, wenn Sie es denn machen, nie vergessen. So wünsche ich Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Mal auf 123schiffsreisen.com. Bis bald.